Hallo meine Lieben und ein ganz ganz herzliches Willkommen zu einer neuen entspannenden Runde Anno 1800. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Lehnt euch zurück, die nächste halbe Stunde versuche ich euren Alltag ein ganz kleines bisschen zu entschleunigen und versuche euch wieder mitzunehmen in mein kleines Anno 1800 Gplay. Okay, heute habe ich zwei, drei Sachen vorbereitet. Das erste schaut bitte links oben, die Bilanz hat sich extremst geschmälert. Dem versuchen wir dann rauszufinden, was da los ist. Aber schaut mal, der letzte Inselanteil von East Monument von unserem George ist zum Verkauf freigegeben und den würde ich jetzt ganz gerne kaufen. Genug Kohle haben wir ja auf der Seite. Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, sind wir mal gespannt, wie er darauf reagiert. Ich denke mal, der wird noch zu umjust sein. Und dann schaut mal hier, die Brauereien bzw. doch, das sind eigentlich nur die Brauereien, die benötigen auf jeden Fall ein Lagerhaus. Und da wir hier keins in Reichweite haben, ist das schon ein kleines Problem, oder? Deshalb schauen wir mal, dass wir jetzt hier auf jeden Fall wieder Bier brauen können. Genug Hopfen bzw. auch genug Malz hätten wir da, meine Lieben. Und was sei denn dann überhaupt von der Idee, hier unten als erstes diese Insel in der alten Welt einnehmen zu wollen, ist Monument von unserem George. Ich finde die Insel passend, weil erstens zu unserer Hauptinsel nicht so weit weg. Zweitens bietet die Insel Getreide und die bietet auch Hopfen. Und drittens oder viertens, könnt ihr eigentlich so sehen, wie ihr wollt. Ich würde dann gerne hier auf der linken Seite, vielleicht wenn alle Strickereisen, so eine kleine Schweinerzucht aufbauen. Hier oben würde ich das Getreide mit reinnehmen. Und hier auf der rechten Seite würde ich dann so ein kleines Dürfchen aufbauen wollen. Hier, das bietet eigentlich, ich denke mal, genug Platz für zwei Segmente. Also Segmente, sage ich immer, ein Segment ist bei mir so ein siebner Segment. Im Prinzip von links nach rechts, das sind sieben Stück und drei hoch. Das ist im Prinzip bei mir so ein Segment. Ich kopiere es mal kurz, dass ich es euch ein bisschen näher bringen kann. So, das ist bei mir ein Segment. Und zwar sind das immer sieben Elemente nebeneinander und drei Elemente hoch zu. Da passen, denke ich mal, auf jeden Fall zwei Stücke her. Ja, und dann denke ich mal, hätten wir hier auch genug Bevölkerung, dass wir auch komplette Getreide hier anbauen können und auch Hopfen mit anbauen können und ich schätze mal auch die Schweinezucht auslagern können. Weil wir müssen ja auf jeden Fall expandieren, weil schaut mal, also mittlerweile nimmt das hier extremen Platz in Anspruch und da wir vielleicht die Grundversorgung der Bauern auf unserer Hauptinsel erstmal belassen wollen, das wäre Schnaps, das wären die Klamotten und das wären ja ganz klar die Fische, würde ich dann vorschlagen, nur mal für die Stufe zwei, im Prinzip für die Arbeiter. Die, ich sag mal, die Waren auslagern, okay? Ob man von hier Seife an kann, hoch zum Eli oder von hier unten, von East Monument, ist im Prinzip egal, oder? So, und dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Ich hatte ja heute auch noch eine Kleinigkeit vor und zwar in der neuen Welt. Ich wollte nochmal gucken, ob hier alles eigentlich noch in Ordnung ist. Pari, pari, aufgeht. Fische, passt. Schnaps, passt eigentlich auch. Schauen wir mal, warum das hier mit dem Schnaps nicht so gut geht. Doch, sollte eigentlich. Klamotten, gut. Hopfen wird angebaut. Paprika, alles gut. Ja, passt. Mein Lieben, passt eigentlich einmal frei hier. Und dann schauen wir mal hier. Hier würde ich auf jeden Fall mal noch ein Schiff losschicken wollen. Machen wir doch mal so eine, ja, so eine royale Galeone. Fertig. Und hier bauen wir auf jeden Fall mal noch ein Flaggschiff. Das würde ich dann auch gleich, äh, ein Linienschiff, entschuldigt bitte. Das würde ich dann auch gleich mit in die neue Welt entsenden. Und von der Insel hier, von Detlef's World, machen wir auf jeden Fall immer noch Ziegelsteine fertig. Die wir dann gleich überkarren. Und auf jeden Fall noch ein bisschen Holz, damit wir gleich drüben ein bisschen Baumaterial haben, damit das eigentlich nie ausgeht. Gleich ein bisschen Stahl mit. Und dann würde ich sagen, du, mein Freund, in die neue Welt. Und zwar gleich nach Kuba. Auf geht's. Gar nicht lang warten. Wie gesagt, ein paar Schiffe müssen wir auf jeden Fall noch hier lassen. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Ich weiß es wirklich nicht, wie der George jetzt reagiert. Aber, also ich denke mal, der wird schon sauer sein. Also, wenn man seine eigenen Anteile an der Insel abgekauft bekommt, beziehungsweise die Insel kampflos eigentlich übergeben wird an uns, beziehungsweise wenn wir dann so eine Insel kampflos verlieren, und das eigentlich nur durch Anteilskäufe, wäre ich auch nicht so fröhlich drüber. Und hätte auch nicht die beste Laune, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wobei, schaut mal hier unten. Unser Admiral, äh, unser Admiral Vicente Silva, der hat auch schon drei Inseln eingenommen. Wobei die, wobei die dritte Suprosa, okay, ähm, die hat noch gar nicht viele Einwohner. Die zweite ist schon relativ gut aufgebaut. Schaut mal, ne, da sind schon die Stufe-2-Häuser drauf. Ich sag mal, das ist auf jeden Fall vielleicht seine Industrieinsel. Und hier die Hauptinsel, die hier oben ist, da hat er schon richtig, richtig, da hat er schon richtig Gas gegeben, weil das sind schon die ersten Ingenieure. Da haben wir noch ein Stück. Meine Lieben, dazu haben wir auf jeden Fall noch ein Stück. Und unser Charge darf man hier oben nicht vergessen. Ganz oben im Norden, auf der kleinen Insel, schaut mal. Da hat er seine Paprikastände untergebracht, ne. Und hier wird die Insel, die wird auf jeden Fall umkämpft. Also hier gibt es Anteilverkäufe, Anteil-Einkäufe und so weiter und so fort. Das finde ich richtig geil. Diese kleinen Geplänke abseits von unserem, ne, abseits von unserem kleinen Stück Land, was wir hier in der alten Welt haben, das finde ich persönlich richtig geil. So, gucken wir doch mal an die neue Welt. Mein Lieben, die Hacienda haben wir in der letzten Folge aufgebaut. Es ist klar, mein Freund, es ist klar. Dankeschön. Soll ich dir auch gleich einen Anteil abkaufen, dass du so richtig sauer wirst, oder wie sieht es aus? Quests gibt es erstmal keines, aber auch nicht schlimm. Schauen wir nochmal schnell in die... Oh, schaut mal. Unser George hat wieder Anteile aufgekauft. Ich würde sagen, in fünf bis sechs Minuten schauen wir hier auf jeden Fall nochmal rein. Ich wollte nur mal schnell gucken, ob wir hier noch eine Quest haben. Nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Ne, Entschuldigung, haben wir nicht. Okay, dann ist das alles gut. Dann würde ich sagen, wieder in die neue Welt rein. Und... Also entweder wir basteln hier noch ein bisschen. Auf Kuba hatte ich ja jetzt das letzte Schiff hingeschickt. noch ein bisschen mit Waren. Entweder wir basteln hier noch ein bisschen rum. Das Problem ist halt, Bretter und Ziegelsteine hätten wir noch ein bisschen da. Alles andere fängt dann hier an zu mangeln. Schauen wir mal, was die zuerst benötigen. Also die benötigen auf jeden Fall Ponchos. Und dann geht es dann auch wirklich ziemlich schnell los mit Schnaps. Ja, die Journaleros im Umkreis, beziehungsweise mit den Gebäuden, mit den Hasientagebäuden, benötigen eine etwas, wie soll ich noch sagen, benötigen für die Zufriedenheit, beziehungsweise die Bedürfnisse, sind ein wenig anders gestaffelt, wie die normalen Journaleros. Okay, die hier benötigen dann auch mit Schnaps. Und für die Zufriedenheit gute Kirsche und Rum. Kennt man ja eigentlich hinläglich. Hasierender Feuerwehr. Ich würde jetzt gerne mal hier noch eine Kirsche bauen. Ja, eine Feuerwehr. Also wenn es brennt, wäre es schon gut, dass wir die hier rausbauen. Also ein Thema wäre es eigentlich nicht. Dann nehmen wir auf jeden Fall hier mal noch ein bisschen Holz mit. Und ich sage auch, ich würde dann gerne anfangen, hier schon die Ziegelsteine mit anzutlemmen. Das Problem ist einfach nur dran, mein Lieben. Wir brauchen da mega viel Arbeitskraft dazu. Schaut mal. Lehmgrube bauen. 100. 100 Obrero Arbeitskraft. Also nicht mehr, nicht weniger. Für ein Lehmvorkommen. Unglaublich. Wir können es jetzt so machen. Wir bauen es. Außer. Und dann könnten wir ja im Prinzip die Ziegelei. Bräuchte auch wieder 50 dazu. Könnten wir maximal Blaupausenmodus mal mit anschließen. Damit wir das mal sehen. Passen wir kleinen Weg dazwischen. Und schon hätten wir das erste angeschlossen. Ich sage mal, ich ziehe hier unten gleich mal noch ein Lagerhaus mit rein. Sicher ist sicher. Dann hätten wir hier unsere erste kleine Ziegelei. Ich sage mal unsere erste kleine Produktionskette. Aber meine Lieben, ob ihr es glaubt, noch nicht. Hierfür brauchen wir 200 Obrero Arbeitskraft. 200. Schauen wir doch mal. Was wollen denn die? Die wollen Bier. Die wollen eine Boxkampf-Arena. Die wollen Zigarren als Grundbedürfnis. Und hier geht es dann schon weiter mit Kaffee. Jetzt schauen wir doch mal, was wir auf der Insel noch vorrätig haben. Hüte und Tortillas. Es geht dann wirklich schon los mit Tortillas. Ja. Rinderfarmen. Beziehungsweise Maisplantagen. Hätten wir eigentlich alles da. Mit den Rinderfarmen könnten wir dann auch versuchen, Dünger zu produzieren. Meine Lieben. Abseits der Hacienda. Das wäre alles kein Problem. Und dann könnten wir vielleicht schon Tortilla-Bäckereis bauen. Aber auch dafür bräuchten wir 100 Arbeitskraft. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, wir müssen ja erstmal ausbauen. Und zwar mindestens 10 Häuser. Generiert uns erstmal 100 Obrero-Arbeitskraft. Ja. Ich sag mal, müssen wir erstmal nachbauen. Ja. Basteln wir erstmal ein bisschen nach. Das wird jetzt nacheinander. Das geht jetzt nacheinander los. Das ist alles kein Problem. Arbeitskraft kommt auch wieder langsam. Nur die Ruhe. Ja. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir auf jeden Fall Maisplantage und ein bisschen Rinderfarmen an. Lässt dich nicht lumpen. Nein, nein. Lassen wir. Lassen wir nicht. So. Und dann gehen wir mal in den Blaupausen-Modus. Und dann sollten wir halt probieren, hier. Wie soll ich denn das sagen? Wie wäre es denn hier so in der Mitte? Damit wir hier in der Mitte mal irgendwie mal so mal anfangen. Dann schaffen wir doch mal hier so eine kleine Tortilla-Produktion. Oder ich würde vielleicht eher vorschlagen, dass wir ein ganz kleines bisschen Meer-Rinder-Farm basteln. Wow. Sechs Stück. Sechs Elemente. Haben wir ja wie gesagt egal wo in dem Radius anbringen. Jetzt haben wir mal eins gebaut. Eine so eine Rinder-Farm. Wir könnten das auch anders anlegen. Schauen wir uns das nochmal an. Dann schon mal vier. Das Ding ist garantiert noch. Ja, das Ding geht garantiert noch mit einem Silo. Bisschen platzsparender wäre auch diese Variante hier. Auf jeden Fall. Als erstes. Oder wir bauen dann so mal runter. Na gut. Ja, kann man jetzt handhaben, wie man möchte. Ich denke mal, hier sind auch wieder der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das kann man garantiert wieder setzen, wie man will und wie man gerade lustig ist. Dann können wir das zum Beispiel hier her setzen, das zum Beispiel hier oben. Also ich sage mal, ich finde das hier eigentlich eine relativ gute Variante. Wenn man das hier dreht, dann hätte man auf der einen Seite noch einen kleinen Weg frei. Ja, so könnte man es auch machen. Also es gibt hier, meine Lieben, ihr könnt hier basteln. Ihr könnt hier wieder bauen, basteln, wie es euch beliebt. Alles kein Problem. Das hier passt gut hierher. Und hier könnten wir dann das nächste, könnten wir dann hier runter bauen. Und da sehen wir mal, wie wir das dann irgendwie anziehen. So, was hat er denn davon? Ah, das könnte man mal versuchen zu drehen. Kriegen wir das irgendwie rein? Wir kriegen das tatsächlich rein. Und es bleibt sogar noch ein kleines Stück Weg hier übrig. Hätte ich so gar nicht gedacht. Boah, schaut mal, schaut mal bitte. Schaut mal bitte. Hier rennen sie durch die Steppe. Hier rennen sie durch die Steppe. Ach, ist das geil. So, also zwei Rinderfarmen hätten wir auf jeden Fall. Rindfleisch dauert eine Minute. Dann gucken wir mal. Also Maisplantage ebenso eine Minute. Und die Tortilla-Bäckerei 30 Sekunden. Das heißt, wir bräuchten auch noch locker zwei Maisplantagen hier. Was hat er denn davon, wenn wir die Maisplantagen hier rüber setzen? Ich würde mal sagen, hier unten zwei Lagerhäuser hin. Und dann hier einfach mal zwei Maisplantagen hingesetzt. Einfach mal so eine Schmuggelaufgabe, möchte unsere Isabel. Lass mich raten, da fahren wieder Schiffe außenrum. Oh, das sind Monitore. Okay. So, ist denn unser Schiff mittlerweile mal angekommen? Nein, ist immer noch nicht da. Aber kein Problem, das sollte dann bald mal kommen. Inzwischen würde ich mal sagen, wird unser schwarzes Kriegsschiff auf jeden Fall mal hier oben in die Region rein, würde ich mir vorschlagen. Schaut mal, das ist direkt neben der Insel gelegen. Aber die fahren eigentlich, ich denke mal, ziemlich nah an der Insel vorbei. Ich würde euch mal vorschlagen, wir bleiben eher mal ein bisschen außerhalb von dem Radius. Sonst ist ja die Quest sowieso verloren. So. Hier waren wir. Hier waren wir, meine Lieben. Lagerhäuser. Dann würde ich hier vorschlagen, Maisplantagen. Ja, das sind 168 Module. Also das ist ganz schön viel. Jetzt habe ich mich noch ein bisschen verklickt hier. 116 wären das. Das wären schon 123. Kriegen wir das vielleicht nochmal so hierher? Wow, das kriegen wir nochmal hierher. 159, dann noch 9. Ja. Okay, das wären dann hier 168. Ich würde dasselbe jetzt hier probieren, oder? Ja. Gehen wir es mal ein ganz kleines bisschen runter. Hauptsache, wir kriegen es so weit. Ja. Ja, das passt. Alles gut. Also das sind unsere Maisplantagen, unsere Rinderfarmen. Und dann müssen wir im Prinzip nur noch für die Tortillas vielleicht so eine Tortilla-Bäckerei hier irgendwo mit hinbasteln. So. Und dann 100 Arbeitskraft bräuchten wir da dafür. Drei Tonnen Holz und zwei Tonnen Ziegel hätten wir. Rinderfarmen bräuchte sowieso nur Holz und die Maisplantagen auch nur. Das heißt, wir könnten es uns komplett leisten. Meine lieben Tortillas, wir kommen. Also. Bauen wir es komplett raus. Dann warten wir auf jeden Fall mal ab. Ja, wir bauen gleich auf jeden Fall mal zwei Lagerhäuser hin. Tortillas gibt es hier unten. Ja, zwei Tonnen werden hergestellt. Das heißt, wir könnten eigentlich noch damit locker die andere Insel versorgen. So schlimm wäre das nicht. Von dem her ist das hier alles, alles kein Problem. Wichtig wäre ja nur, erst mal die Arbeitskraft zu generieren. Dass wir hier erst mal mit die Ziegelproduktion richtig, richtig ankurbeln können. Und dass wir auch die andere Insel damit versorgen können. Schaut mal, unser Schiff ist schon angekommen. Die fahren schon knapp an der Insel lang, aber gefühlt nicht. Das macht uns alle stärker. Yo. Meine Lieben, das war es. Ich denke, das... Ah, das passt. Sehr schön. So, du kannst das auf jeden Fall wieder zurückfahren. Inzwischen geht die Tortilla-Produktion mal richtig in die Vollen. Ja, du hast... Ist klar, dass da noch keine Waren da sind. Ist alles klar. Schaut mal, wir haben wieder den Bug hier oben. Und East Monument dürfen wir jetzt den letzten Anteil nochmal abkaufen. Meine Lieben, entschuldigt bitte. Alles klar, George. Ich würde hier gerne trotzdem noch einen kleinen Schnitt reinmachen. Das ist einfach dem geschuldet, damit ich den Bug wieder wegbekomme. Hier vom Gedenktag. Ich denke mal, dass ich hier immer wieder so in den verschiedenen Gameplay-Folgen einen kleinen Schnitt reinmache. Ja, damit das alles wieder seine Ordnung hat. Weil der Bug, der nervt schon ein bisschen zunimmt. Okay, meine Lieben? Bis gleich. So, meine Lieben, entschuldigt bitte die ganz, ganz kurze Unterbrechung. Jetzt steht der Name wieder vollständig hier oben. Sehr, sehr schön. Wow, schaut mal. Okay, das nächste Linien-Schiff hat soeben unsere Werft verlassen. Das ist richtig gut. Die sollte man auch, wie gesagt, in der alten Welt belassen. Ich weiß jetzt nicht, was unser, ja, was unser George hier macht, wenn wir hier in neun Minuten vielleicht seine Insel aufkaufen. Schaut mal, dafür bräuchte man aber noch ein bisschen Kohle. Jetzt bin ich mal am überlegen, an was das hier harbert. Eine Abhol... Ich wollte gerade sagen, eine Abholaufgabe. Dann müssen wir im Prinzip nur mal drei verschiedene Teile einsammeln, so wie es aussieht. Eins, zwei, drei. Wir hätten eigentlich alle drei angewählt und das war da hinten. Machen wir zur Sicherheit lieber nochmal eins, zwei, drei. Und dann schippern wir, denke ich mal, wieder zurück zum Eli. Hier ist nämlich das Schiff. Und dann sacken wir diese 10.000 einfach so im Vorbeigehen ein. Oder was meint ihr? Ähm, Seife ist immer noch hoch im Kurs, steht immer noch bei 384, ähm, ich sag mal, Moneten pro Tonne. Ähm, da würde ich auf jeden Fall auch nochmal Gas geben hier. Das war... Boah, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen Seife verkaufen. Das bringt's. Auf jeden Fall. Das bringt's wirklich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so viel nochmal rausspringt. Ähm, dabei produzieren wir ja gar nicht viel. Wir produzieren ja tatsächlich gar nicht viel. So, jetzt schauen wir mal, also. Ja, sehr schön. Also, das geht, das geht alles immer bari bari auf. Ähm, Konsumgüter, Wurst. Uh, an der Grenze. Hier passt. Das ist auch so, nee. Ja, lief es. Deine Tapferkeit hat uns vielleicht gerettet. Sehr schön. Das sind schon bei 34k zum George seiner Insel. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, meine Lieben, was dann gleich passieren wird. Ähm, 4 von 4. Hier ist 0. Das sind die Fleischkonserven. Die haben wir ein bisschen zurückgedreht in der Produktion. Aber schaut mal, das reicht doch noch locker. Ähm, das sind 74%. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das 74% sind. Da ist Raum für neue Gedanken. Verarbeitungszeiten. Ja, das ist deshalb nur 74%. Ist ja egal. Das Wichtige ist, dass die Statistik hier passt. Das heißt, es gibt aktuell mehr Versorgung wie Nachfrage. Und das ist ja das, das ist ja das Wichtigste, was zählt. Ähm, im Lager schauen wir mal. Gerade bei den Konsumgütern schauen wir mal runter. Ähm, sind aktuell 14 Tonnen sind schon im Lager drin. Das heißt, unsere Strategie ist aufgegangen. Wir haben eine sehr, sehr kleine Produktion aufgemacht von diesen. Ähm, ich sag mal, von diesen Futterdosen. Oder Fleischkonserven. Aber bis jetzt passt es noch einmal frei, mein Lieben. Okay? Ja, dann könnten wir eigentlich hier weitermachen, oder? Was halten wir davon, wenn wir vielleicht noch ein... Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Handwerker hier rausbauen. Das würde ich jetzt noch machen. Und danach würde ich auf jeden Fall mindestens noch ein paar Arbeiter machen wollen. So, schnell in die Statistik noch mal reingeschaut. Fleischkonserven passt, Nähmaschinen passt, Bier auch. Ähm, was wir jetzt auf jeden Fall, wo wir uns tun, kümmern müssen, werden die Wurst und auch das Brot. So, Bäckereien werden drei. Da könnten wir noch eine basteln. Wäre schon mal wieder alles safe. Und hier, ja, bauen wir halt noch eine Schweinezucht raus, oder? Dann klemmen wir hier oben gleich noch eine Metzgerei an. Und dann denke ich mal, sollte das hier wieder pari-pari auslaufen. Also das... Das ist eigentlich relativ nachhaltig gebaut. Ich sag mal, ein ganz kleines bisschen auf die Zukunft zu passieren. Aber wie gesagt, aus den Augen dürfen wir es nicht verlieren. Ich würde hier gerne diese gesamte Produktion würde ich gerne auslagern. auf Georges Insel. Oh Mann. So, jetzt gucken wir mal. Also, wie gesagt, er hat noch keine Anteile wieder abgekauft uns. Das heißt, in 5 Minuten 40 dürften wir hier Georges Insel komplett einnehmen und abkaufen. Ich bin gespannt, wie er dann reagiert. Hier auf seiner Hauptinsel ist dementsprechend auch viel los. So, schaut mal. Da hat er Silber auch schon den Anteil abgekauft. Das heißt, diese Insel gehört auch ihm nicht mehr zu 100%. Wow, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Jetzt muss ich euch aber fragen, wieso... Wieso fährt denn jetzt... Wieso fährt denn jetzt hier kein Schiff an? Wir hatten doch vor uns schon mal angewählt, dass hier die Schiffe die... die drei Quest-Hubs abfahren, oder? Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und dann fährst du da bitte wieder zurück, oder? Ähm. Hier ist das Schiff. Aber das hat nichts eingeladen. Warum? Na gut, egal. Wir könnten sogar noch eins rausbauen, mein Lieben. Das machen wir auch, mein Lieben. Und wir könnten dann noch eins rausbauen. Also, ihr seht, unsere... Ich sag mal, unsere Kanonindustrie, beziehungsweise... Unsere Werft arbeitet hier absolut, ich sag mal, auf dem Höhepunkt. Richtig, richtig gut. Arbeiter, Arbeitskraft bräuchten wir hier auf jeden Fall mehr. Also machen wir mehr Arbeitskraft, Arbeiter. Passt. So. Kurz mal geschaut rein in die Statistik. Passt immer noch. Passt auch immer noch perfekt. Bier immer noch gut. Und Seife auch immer noch gut. Das passt. Das nächste, was wir bräuchten hier für die Handwerker, wären dann Pelzmäntel und wäre die Universität. Und dann dürften wir schon zu den Ingenieuren aussteigen. Also, meine Lieben, es dauert eigentlich so nicht mehr lange. Und wir hätten bei uns, wir dürften hier die ersten Ingenieure begrüßen. Was die jetzt hier möchten, wäre bei den Handwerkern hier das Varieté. Und wir haben was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Hier irgendwie noch mit in die Planung aufzunehmen. Und zwar ist es dann später der Strom. Den haben wir tatsächlich vergessen. Was hält er dann davon, wenn wir das Varieté ein ganz, ganz kleines bisschen schön machen außenrum? Schön machen heißt für mich vielleicht, ja, vielleicht hier vorne so ein paar Stände hin. Oder irgend so was. Romantischer Parik. Schaut mal. Am Varieté, was hält er dann von zwei Zeitungsständen? Meine Lieblingsstände hier eigentlich. In Anno 1800. Dann würde ich sagen, eine Gartenbank. Bevor es losgeht. In Varieté. Da setzen wir uns doch gerne nochmal. Dann setzen wir uns doch nochmal gerne auf so eine Gartenbank, oder? Ja, wir machen auf jeden Fall nochmal Zufriedenheit rein. Los geht's. So. Fuchs. Alles klar. Oder ein Pavillon. Was hält er dann von so einem schönen Pavillon? Hier so ein bisschen an der Seite außen dran. So, nicht so ganz, nicht so ganz am Varieté. Dann würde ich gerne das Varieté vielleicht vorne säumen. Nochmal mit so einem kleinen Pflasterweg. Und auf jeden Fall, ich hatte es ja gerade eben nochmal angesprochen, ich würde auf jeden Fall noch ein paar Gartenbänke hier mit reinsetzen wollen. Denkmal brauchen wir nicht. Das ist ja eigentlich relativ unpassend. Aber ich sage mal, was hält er denn von? Was hält er denn von Gartenbänken? Und jetzt würde ich den Rest hier hinten so ein ganz kleines bisschen, ja, so ein ganz kleines bisschen noch Schönbau hinsetzen. Schauen wir doch mal bei der Arbeit da rein. Idyllischer Park. Was hält er denn von so Laubbäumen hier so zwischendurch? So, das macht das alles ein ganz kleines bisschen stimmiger. Das macht das auch ein ganz kleines bisschen, ja, offener. Entschleunigt auch ein ganz kleines bisschen. Und wir haben somit eine neue Attraktivitätsstufe. Meine Lieben, durch kleine Verbesserungen, durch kleine, ja, wie soll ich das sagen? Durch kleine Schönbaumomente. Haben wir auf jeden Fall unsere Attraktivitätsstufe erhöht. Das gefällt mir ja richtig gut. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, von diesem Schönbau, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Dann werde ich auch, wie gesagt, dann werde ich auch in den kommenden Folgen mal gleich so eine kleine Schönbau-Folge mit reinmachen. Ganz am Anfang, ihr wisst Bescheid, ist das mit den Konkurrenten noch ein bisschen stressig. Deshalb werde ich die Schönbau-Folgen vielleicht ein bisschen kürzer ausfallen lassen. Aber, wenn ihr das möchtet, werde ich auf jeden Fall eine Schönbau-Folge mit einfließen lassen. Ich habe nämlich schon eine Idee. Ich habe schon tatsächlich eine Idee, wie ich so eine kleine Schönbau-Folge umsetzen möchte. Okay, Spaß beiseite. Schauen wir runter zum George. 1,26, meine Lieben. Wir gucken noch mal kurz in die Diplomatie vorbei. Unsere NHL, leicht erhöht, nahezu sicher. Ist okay. Waffenstillstand wird aufgehoben in 19 Minuten. Das, denke ich mal, wird dann eher in der nächsten Folge stattfinden. Barrel. Das behalten wir schön für uns. Alles klar. Dankeschön, liebe Barrel. Leicht erhöht und leicht erhöht bei unserem Admiral Vicente Silva. Also, das kann man sowieso noch vergessen. Handelsrechte unmöglich. Meine Lieben, Handelsrechte. Handelsrechte bei Barrel. Was sagt dann dazu? Für 22k? Nehmen wir. Ich biete höchste Qualität zu verdächtig günstigen Preisen. Zu verdächtig günstigen Preisen. Habt ihr das gehört? Ist okay, Barrel. Ist okay. Wir können auf jeden Fall, beziehungsweise wir haben jetzt nicht nur Frieden mit unserer Barrel, sondern wir dürfen jetzt auch mit ihr Handel treiben. Schaut mal, Probleme an der ganzen Sache. Wir bräuchten hier noch mindestens 60k. Ich glaube nicht, dass wir hier die 60k noch zusammenbekommen. Ich denke mir eher, dass unser Freund, unser George, uns wieder einen Anteil von dieser Insel abluxen wird. Ist aber auch eigentlich gar nicht so schlimm. Das erhält noch ein ganz kleines bisschen die Spannung. Was wird passieren, wenn wir die Insel aufkaufen? Wird er vielleicht uns den Kriegert lernen? Würde er dann vielleicht sagen, ja, es war irgendwo faktisch klar, dass du mir irgendwann mal die Insel abkaufst. Und ich sehe das auch völlig ein. Ich bleibe bei meinen zwei Inseln. Oder würde er dann sagen, Junge, mein Freund, was hast du denn jetzt mit mir angestellt? Du hast hier im Prinzip meine Existenzgrundlage, hast du mir gerade eben geraubt. Alles, was ich habe, setze ich jetzt gegen dich ein. Das wäre im Prinzip das Worst-Case-Szenario, meine Lieben. Aber wenn er es nicht anders möchte, dann ist es halt so. Und dann sind wir auf jeden Fall für den Kampf hier gewappnet, weil wir haben, genau deshalb habe ich ja noch versucht, sehr viele Schiffe hier rauszubauen. Und hier fährt schon mal eins wieder hinter zum Eli. Und hier hätten wir dann schon eins. Das fahren wir auf jeden Fall mal wieder vor. Ja, und dann würde ich auf jeden Fall mal schauen, dass wir hier diese Küstenbatterien noch ausbauen. Also hier Geschützstellung, Geschützstellung. Das können wir auf jeden Fall noch. Und hier der Kanonenturm, der ist gut. Ich würde aber gerne noch diesen Kanonenturm hier auf die rechte Seite packen. Hierher würde ich noch gerne einen bauen. Dann hätten wir hier auf jeden Fall mal eine schöne Abdeckung. Also hier, das ist wie so ein kleiner Keil zwischen unseren zwei Inseln. Und wer hier rein will, der muss definitiv an uns vorbei. Und auch hier drüben diese Küstengeschütze, diese kleinen, die würde ich auch gerne hier dann anlegen wollen. So, dann hätten wir hier auf jeden Fall Feuerunterstützung. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier noch zwei her. So, und dann sieht das doch alles schon mal ganz, ganz annehmlich aus. Das ist jetzt richtig, richtig aufgerüstet. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, was unser George macht. Ich denke mal, bis zur nächsten Folge werden wir es wissen. 60.000 wären noch benötigt. Bilanz sieht besser aus, aber auch noch nicht perfekt. Vielleicht können wir noch ein bisschen was in der neuen Welt rausholen, mein Lieben. Vielleicht können wir hier noch ein ganz kleines bisschen was rausholen. 61 Arbeiter Arbeitskraft, beziehungsweise, entschuldigt bitte, völlig falsch, Obrero Arbeitskraft hätten wir hier. Ich werde Ihre Taten nicht vergessen. Dankeschön, dankeschön. Das nächste, was die hier möchten, wäre Kaffee. Wir hätten nur Tabak und Kakao auf der Insel. Wir sitzen aus mit Zufriedenheit. Boxkampfarena wäre beim nächsten Mal. Und dann wäre es auf jeden Fall Bier von der alten Welt. Aber ich denke mal, wir kommen hier um den Kaffee nicht drumherum. Also, Kaffee bräuchten wir dann auf jeden Fall. Okay. Gut, das ist dann wieder so eine Sache. So, dann schauen wir auf jeden Fall, dass wir hier die Hacienda noch ein bisschen ausbauen, oder? Was meint ihr? Es fehlen Fenster. Ah. Ist klar. Also, du machst dann wieder die alten Welt zurück. Du gehst auf jeden Fall wieder nach Deadless World, beziehungsweise fährst. Wir bräuchten hier auf jeden Fall noch ein paar Fenster. Das wäre ganz, ganz dringend. Und ja, dann schauen wir halt noch ein bisschen, dass wir hier die Bilanz noch ein bisschen aufhübschen. Schaut mal, Richtlinien haben wir auch noch keine ausgewählt. Es ist ja nur eine bis jetzt verfügbar, weil wir bräuchten noch ein bisschen Attraktivität, auch auf dieser Insel hier. Die Verordnung für eine bessere Umwelt bewirkt eine drastische Verringerung der Umweltauswirkung von Schwerindustrie, um die Wahrscheinlichkeit von Katastrophen zu begrenzen, bei gleichzeitig guter Effizienz. Die Produktivität steigt etwas, aber Achtung, da dafür steigen auch die Arbeitskräfte. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Es war geil, dass die Produktivität steigt, aber auch die Arbeitskräfte beeinflusst alle Schwerindustrien, alle Bergwerke, Steinbrüche, Chemiefabriken und Brauereien. Das heißt im Prinzip auch von der Hacienda, die Hacienda Brauereien, alle sind da mit betroffen und fließen im Prinzip in diese Verordnung für eine bessere Umwelt mit rein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde aber trotzdem sagen, da wir hier ja wieder jetzt ein bisschen Holz haben und viele, viele Steine, was heißt denn dann einfach davon, dass wir hier noch ein ganz kleines bisschen ausbauen, würde ich vorschlagen. So, Ponchos möchten die Freunde und die möchten auch rum. Die sind relativ, ja, die sind ganz, ganz unglücklich. Wir bräuchten noch 16 Schornaleros, 16 Stück. Dann hätten wir hier die Kapelle freigeschalten und dann werden die auch wieder fröhlich. Ja, das dauert ein Stück, ja, das dauert auf jeden Fall ein Stück. Ist aber auch nicht schlimm. Schaut mal, mittlerweile der Radius ist auf 50 angewachsen, weil wir ja zwei, ah, weil wir die erste Schwelle, die 250 Schornaleros, hätten wir auf jeden Fall erstmal geknackt. Das heißt, wir könnten, wenn alle Stricke reißen, hier drüben schon mal versuchen, so eine kleine Infrastruktur aufzubauen. Schaut mal, die mischten als erstes Schnaps. So, dann schauen wir doch mal, dass wir hier, schauen wir doch mal, dass wir hier ein bisschen Schnaps rausbasteln. Auf dieser Insee gibt es Kartoffeln, Gewürze, Getreide und auch Weintrauben. Also die gibt es hier auf jeden Fall. Okay, bis hierher geht es. Hier geht es nicht, hier geht es zumindest. Okay, ja gut, dann bauen wir es halt mal hierher. Und dann würde ich sagen, die Module bauen wir hier gleich. Die bauen wir hier leider nicht. So. Okay, das könnten wir dann auf jeden Fall noch mit dem Traktor boosten. Da bräuchten wir aber eine Dampfmaschine dafür und so weiter und so fort. Das sind dann alles Sachen für Ingenieure. Ich würde erstmal sagen, wir machen hier den Hasienda Kartoffelhof erstmal fertig und bauen natürlich danach erstmal hier die Hasienda Schnapsbrennerei. Hierher, die können wir, ja ihr seht, die können wir unabhängig, die können wir auf jeden Fall unabhängig vom... vom Kartoffelhof setzen. Das ist kein Problem. Das könnten wir auch direkt an die Hasienda anbauen. Auch kein Thema Lagerhaus. Basteln wir gleich hier runter. Ich würde dann mal sagen, nee, wir machen da nicht weit. Wir setzen das gleich hier unten runter fertig. Dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch eine zusätzliche hier oben hin. Dann würde ich sagen, Module, weiter geht's. Ach ja, die Verbindung zum Gebäude. Die Farmen müssen wir hier auf jeden Fall an die Gebäude noch ransetzen. Diese Hasienda, ähm, die Hasienda Farmen funktionieren im Prinzip in dieser Modification nicht. Es funktionieren im Prinzip nur die normalen Farmen von der alten Welt und von der neuen Welt und so weiter und so fort. Aber es funktionieren nicht die Farmen von der Hasienda. Okay, das habt ihr gerade gesehen. Wir müssen hier auf jeden Fall die Felder, wobei es ja gar nicht viele sind, aber wir sollten die Felder auf jeden Fall an das Gebäude ranbauen. Aber auch nicht schlimm. Deshalb gibt es hier den Einzugsbereich. Deshalb gibt es hier den Radius. Und, ja, der bestimmt halt alles. So, jetzt schauen wir mal, wie das jetzt losgeht mit dem Schnaps. Also ich denke mal, das wird hier nicht lang dauern und es geht los. Dann schauen wir mal nach Ponchos. Ähm, Ponchos gibt es dann hier in der Alpaka-Farm. Ne, das gibt es im Prinzip auch nur so zum Basteln. Jetzt überlegen wir mal, wie könnte man denn das hier am gescheitesten machen. Ähm, kostet übrigens 6 Tonnen Holz. Und auch die Poncho-Weberei kostet 6 Tonnen Holz. Das heißt, ähm, bauen wir ein paar bisschen Sparsamer. Und zwar legen wir es gleich mal, ich wollte gerade sagen, legen wir es gleich mal ein bisschen an den Konturen mit an. Ne, passt eigentlich soweit. Äh, Blaupausen-Modus angedreht. Und dann würde ich gerne mit noch eins hierher bauen. Das ist dann für die Zukunft. Ja, Poncho-Webereien gleich direkt hierher, ne. So, eine bräuchten wir ja. Und dann werden die hier erstmal mit Ponchos versorgt. Schauen wir mal. Passt nicht. Wir bräuchten, wir bräuchten mindestens noch eine Farm. Eine Alpaka-Farm. Und wir brauchen auch noch eine Poncho-Weberei. Und da geht es nämlich schon los. Wir haben kein Holz. Schiff vom Stapel gelaufen. Alles klar, dankeschön. Hier hätten wir aber 115 Tonnen. Schauen wir mal, das können wir sogar ausbauen. Jetzt hätten wir hier eine Lagerkapazität. Ich schätze mal von 190 Tonnen. Okay, das passt eigentlich. Sehr schön. Nehmen wir hier gleich mal ein bisschen Holz mit. Ja, 50. Machen wir mal, 70, okay. So, mein Lieben. Was uns aber jetzt erwartet mit George in der nächsten Folge, werden wir das auf jeden Fall wissen. Ich sag mal, ich wäre hier zwischen die Folgen, wäre ich hier auf jeden Fall noch die Poncho-Weberei fertig machen. Und ich wäre auf jeden Fall mal schauen. Und wow, dieses Monument ist immer noch abkaufbar. Ich denke mal, früher oder später werden wir uns der Sache hier annehmen und werden dann mal schauen, was unser George mit uns macht. 500.000 hätten wir geknappt. Das heißt, wir bauen hier auf jeden Fall mal die Barrikade auf und schauen mal, wie George dann reagiert, wenn wir seine Insel aufkaufen. Ich bin gespannt. Also, wir bräuchten noch insgesamt knappe 40K. Ich schätze mal noch so 36K bei hoffentlich gleichbleibender Bilanz. Wobei die jetzt wieder ein ganz, ganz kleines bisschen steigt. Das haben wir aber der neuen Welt zu verdanken und nicht der alten. Das haben wir auf jeden Fall hier den Bürgern der Hacienda zu verdanken. Weil, schaut mal, der Schnaps geht auch schon bis fast ganz hoch. Schauen wir uns gerade mal die Konsumgüter. Ja, passt auf jeden Fall. Weil, das dauert im Prinzip noch ein paar Minuten. Dann haben die hier vollen Zugriff auf den Schnaps. Dann geht es denen gut. Und genau dasselbe wird dann hier unten passieren. Mit den Ponchos. Und dann, wenn das dann soweit ist, meine Lieben, dann, ich schätze mal, dann steht die Bilanz soweit gut da, dass es, wie gesagt, ein paar Minuten dauert, dass wir die 550K knacken. Und dann, wie gesagt, dann bin ich mal gespannt, was unser George zur Übernahme von Eastman hier mitzahlt. Aber bis dahin, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge Anno 1800 hier wieder mit dabei seid. Einen ganz, ganz entspannten Tag noch euch. Alles Gute und bleibt schön gesund. Euer Zanto. Bye, bye.